Hast du zu wenig Power in den Schultern? Dann probiere doch mal folgende Übung aus. Schnapp dir deinen Gürtel und nimm ihn doppelt. Greif ihn so, dass deine Daumen nach außen zeigen und du ihn etwas weniger als Schulterweit hältst. Halte die Spannung aufrecht, also lass den Gürtel nicht irgendwie so hinunterhängen, sondern bring wirklich deine Arme in eine Auswärtsdrehung, halte sie so vor dem Körper und führe nun die Arme nach oben. Und mache das zwölfmal, trainiere davon drei Sätze und freue dich am Ende des dritten Satzes über eine ordentlich trainierte Schultermuskulatur. Viel Spaß!